Aquae e Scultura Wasser und plastische Körper aus gewalzten Bronzeblechen geschnitten, gebaucht, zu einem neuen Ganzen verschweißt oder durch Direktguss zur Erschaffung gebracht. Ein Zusammenspiel flüssiger und fester Körper. Ich wollte den Metallen ihre eigene Sprache zurückgeben und es als Dialog zu künstlerischem Ausdruck bringen. Lebendige Materie mit dem Hauch gemeinsamer Herkunft. Das Wasser, das jedes Mal eine neue Melodie anstimmt und die sich verfestigende große Legierungen zur plastischen Poesie erhebt, ich habe sie in die Kontexte unserer menschlichen Gesellschaft gestellt, deren Echtheit geprüft, neu formuliert und als bildhauerische Komposition mit dem Alltag verbunden. 1949, also zu Beginn des selbstständigen Schaffens von Erwin Rehmann, modellierte er diesen 60 cm hohen Brunnenentwurf. Er sollte 9 Meter hoch werden, so jedenfalls war die Idee. Doch es kam nie zur Ausführung dieses Projekts. 49 menschliche Figuren bildeten den kreisrunden Brunnenstock. Er stellt eine Abfolge von Lebensstadien dar, die sich von unten nach oben bis zur Vergeistigung entwickeln. Das Menschenwerden, das Geborenwerden aus dem Wasser als Urstoff des Lebens. Aus diesem Werden und Gewordensein erhebt sich ein Kranz von Liebespaaren als Verschmelzung mit dem anderen Geschlecht. Darüber als drittes Stadium neun Individualitäten in der Selbstfindung. Als weiteres Stadium vier ineinander zugekehrte und aufrechte Gestalten mit erhobenen Armen als Säule. Den Abschluss jedoch bildet der kauernde Frauenakt mit einer mächtigen Kugel zwischen Armen und Knien, die über den Meditierenden schwebt. Läuterungsbrunnen nennt Rehmann das Ganze. Doch im Gegensatz zu Fausts, am Anfang war das Wort, hier am Anfang war das Wasser. Auf einem ausgedehnten Landgut an der Cotazür ließen 1988 Heinrich und Pola Gebert diesen aus Keramik bestehenden Brunnen von Erwin Rehmann erstellen, der in dreijähriger Bauzeit fertiggestellt wurde. Aus persönlichen Gründen verkauften Gebert 2001 ihr Grundstück an der Cotazür und somit kam der Keramikbrunnen ins Laufenburger Museum von Erwin Rehmann, wo er nun von vielen Liebhabern schöne Brunnen begutachtet und bestaunt werden kann. 1961 traten an Erwin Rehmann die Architekten Häfele Mosersteiger und Studer heran, um den Vorplatz des ersten Hochhauses von Zürich zu gestalten. Nach langem Hin und Her kam Rehmann auf die Lösung einer Kombination aus Licht, Bronze und Wasser. Eine runde Öffnung als Durchlass des Tageslichts in den unterirdischen Arbeitsraum und nachts als Umkehrung zu einer Lichtplastik. Von oben wirkt die Gestaltung wie ein Vulkanrand. Gefüllt mit Wasser, das den Himmel widerspiegelt. Vom Rand her tauchen die Metallkörper konzentrisch ins Wasser, als ob sie die Mitte als ihren eigenen flüssigen Ursprung suchten. Über 40 Jahre sind es nun her, dass der Tag durch dieses Brunnenauge hinabblickt. Rehmann nannte ihn Krater. Doch was soll's? Warum immer alles benennen, um es ins Tagesgeräte zu ziehen? Ohne Namen behielte vieles seinen volleren Sinn. Schaffhausen, berühmt durch seinen mächtigen Wasserfall am Rhein, bekam an seiner Gewerbeschule 1963 von Erwin Rehmann einen nicht alltäglichen Brunnen. Die Architekten Berchtold und Baumgartner hatten dem Neubauer einen Pausenvorplatz gegeben, der eine unterirdische Parkgarage überdeckt. Eine Wettbewerbseinladung flog Rehmann ins Haus. Rehmann stürzte sich in die Arbeit. Er durchschlug den Vorplatzboden, umgab das Loch mit einem Wasserbassin und hängte seine Skulptur dort hinein. Es war eine senkrechte, aus kleinen und großen Elementen zusammengeschweißte Wand, die sich mit zwei waagrechten, ausgestreckten Armen am inneren Brunnenrand in Schwebe hält. Viereinhalb Meter hoch und anderthalb Meter in die Tiefe. Dort ist dann auch der Schwerpunkt. So entsteht ein labiles Gleichgewicht und der Wind vermag sein Spiel mit dieser Masse treiben, obwohl das Ganze viereinhalb Tonnen wiegt. Stadtpräsident Walter Bringolf gab ihm den Namen Segel, der ihm bisher blieb. Zwischen Basel und Rheinfelden befindet sich die Ortschaft Augst, bekannt durch sein antikes Amphitheater. Doch hat es im Inneren des Ortes ein kleines Einod, welches zwischen der Gemeindekanzlei und Post den Besuchern ein wenig Freude schenkt. Der Brunnen. Gemeinde Ammann-Hansberger hat ihn 1972 bei Erwin Rehmann in Auftrag gegeben, um den gemeinsamen Hof, den der Architekt Rudolf Otto für die Fantasie des Bildhauers wie ein römisches Atrium zur Verfügung stellte. Rehmann konzipierte einen 6x6 Meter großen quadratischen Brunnendrog, ließ das Ganze von einem Wasserstrudel anfüllen und aufquellen. Ein ausgelapptes Bronzegewölbe liegt schützend darüber. Metall und Wasser ist stets in fließender Bewegung. Die Wasserspiele der drei Findlingshälften am oberen Eingang des Regionalspitals Zofingen führen unterirdisch zum Hauptportal, dessen kubischer Neubau mit einem Trakt zum Alten verbunden wurde. Im Inneren des Gebäudes wird der Besucher im Treppenhaus durch eine 4,5 Meter nach unten hängende Bronze Direktgustafel konfrontiert. Oberirdisch schlägt sich das Wasser auf den Dachgarten, um von dort wiederum auf die 3 Meter hohe Gefällskultur und über deren Mond sichelartigen Formen zu plätschern. Weiter geht die schäumende Kronenbildung über die Skulptur hinab zum offenen Geläuf, umgeben von prächtiger Blütenpracht, in den abschließenden Biotop, der eine beachtliche Anzahl von Fischen, Schilf und Algen beherbergt. Die 7,70 Meter hohe Direktguss-Bronzewand schließt das Ganze ab und gibt dem Leben neue Hoffnung. Das Wasser als Lebensader wie das Blut in unserem Leib. 1966 wurde in Ahrburg die neue Schulanlage Baradiesli gebaut. Der industrielle Walter Franke ergriff die Initiative für eine bildhauerische Bereicherung des ganzen Pausenplatzes. Wenn es ein Brunnen in Chromstahl sein könnte, wäre er bereit, sämtliches Material zu stiften. Rehmann faszinierte dieses nicht rostende Edelmetall schon längere Zeit. Er konstruierte mit 2,5 mm starkem, leicht bombierten Blechen über ein Feld von 3 x 3 m eine hochreliefartige Tischplatte, aufgestützt auf vier Stahlrohren, Erfrischung für Auge und Kehle, auch wenn das verwinkelte Fjordgrabensystem veralgen oder vermoosen sollte. Dieser tänzerisch beschwingte Brunnen in Laufenburg, dem Wohnort von Erwin Rehmann, wurde 1982 durch den Gemeinderat der Stadt bei Erwin Rehmann in Auftrag gegeben, 1983 fertiggestellt, gesponsert durch die Elektrizitätsgesellschaft Laufenburg. Viel Liebe, Mühe und auch schweißtreibende Arbeit liegt in diesem Werk. Es ist ein, wenn auch inoffizielles, Denkmal an ihn, Erwin Rehmann. Die geschwungenen goldenen Sicheln lassen den Wasserstrahl quasi als Nachfahren der römischen Fontänen erscheinen. Sie strahlen mit ihrer Schaumschrift viel Ruhe aus und versetzen den Betrachter fast ins Träumen. Ein sich menschliches Erholen. 1986-87 ergab sich durch eine Neuüberbauung der den nördlichen Dorfrand schließenden Schwedenhäuser ein neuer Platz, allerdings zweiseitig, dicht ans breitspurige Durchgangsstraßenkreuz gesetzt. Hier wünschte Architekt Viktor Bäumlin anstelle des vor drei Jahren abgelehnten Sonnenturmprojekts eine markante Skulptur, die der neuen Situation ein Gepräge gebe. Die von der Elektrizitätsgesellschaft Laufenburg finanzierte Lösung erfüllte sich mit einer großzügigen Brunnenanlage, die einerseits den Straßenverkehr abschirmt, andererseits einen neuen Dorfplatz schafft. So entstand ein in Lendenhöhe ausschwingender Halbkreiskernl, von dessen äußeren Ende sich das Wasser von den beiden sprudelnden Brunnenstöcken durch einen 10-Store-großen Bronzebogen gleitet. Der daraus entstehende Wasservorhang ergießt sich in ein abgesenktes Basin. Rebstöcke verzieren die Kernelabstützungen. Vom Betrachter aus erscheint aus dieser Perspektive das Treiben auf der Hauptstraße direkt idyllisch. Zwischen 1983 und 1986 schuf Erwin Rehmann ein gewaltiges Bronze-Environment beim Empfangsgebäude der Mikroverwaltungs- und Verteilzentrale auf dem Winnenfeld bei Suhr. In seiner Grundidee macht sich Erwin Rehmann die Umgebung und deren Infrastruktur zunutze, welche durch den Architekt Robert Frey nicht nur Unterstützung fand, er stellte auch sein Know-how zur Verfügung. Die Geschäftsleitung der Mikro war hell begeistert. Der rote Farbton der Porphyrsteine wird vom Plattenbelag rings um das Gebäude und der Treppe aufgenommen. Neben dieser Treppe, die zum Eingang des Baus führt, entlassen die Gefäße aus breiten Mäulern das Wasser im glitzenden Vorhang nach unten. Zur nächsten Stufe eines vierfach getreppten Katarakts, dessen Abstürze mit Porphyrquaderchen besetzt sind. Zu hinterst sprudeln wie aus einer Furt sieben Quellen. Im Auftrag der Elektro-Watt AG mit Verwaltungsratspräsident Adolf Gugler entstand 1993-94 vor ihrem Bürohochhaus an der Bellriefstraße in Zürich Rehmanns Faltwandbrunnenanlage in Chromstahl. Das Becken misst 20 Meter, ist mit 216 Luftdüsen und 28 dreifach Unterwasserscheinwerfern ausgerüstet. Im luftdurchströmten Basin richtet sich die 15 Meter lange, 3,80 Meter hohe und 7,5 Tonnen schwere Faltwand auf. Die Plattenelemente mit 100 Quadratmeter Oberfläche wurden bei Öderlin AG von Erwin Rehmann in Baden gegossen, geschliffen, poliert, vom Schmiedeberg Imbach in Nebikun verformt und in der Czocke-Wartmannhalle in Döttingen mit Hilfe von Rechmet Aliastis verschweißt und von der Ernst AG transportiert und versetzt. Die Oberfläche der Chromstahlelemente weisen eine reiche Formwelt auf, die nach der Erhaltung der Erde auch von der Fauna und Flora entwickelt wurde. Die Schöpfung gilt schon als Gen in der Materie. Direktor Friedrich Walti und Hausmeister Weisbeck luden am 7. Juni zum Ankertrunk, Generaldirektor Adolf Kubler mit seinem Direktorenteam dann zur feierlichen Einweihung. Architekt Otto Klaus baute 1970-71 in der Bäderstadt Baden eine öffentliche Trinkhalle. Unmittelbar neben dem Eingang bestand die Möglichkeit, eine der Heilquellen offen zu legen. Um diese sichtbar zu erhalten und zu schützen, erstellte Rehmann um sie herum aus Chromstahl einen Trog, der den Kurgästen gestattet, sich beschaulich an der Quelle zu verweilen. In der ansässigen Gießerei Öderlin goss er in einem Direktgussverfahren längliche Schalen und verschweißte sie zu einem 81 cm hohen Brunnenkranz. Ein Hügelkopf mit Kirche und Friedhof wie in Sur, wo die Menschen ihre Seelen zum Gottesdienst und zur letzten Ruhe hinauftragen, ist ein privilegierter Ort stiller Andacht. Dafür einen Brunnen mit einem Durchmesser von 2,40 m zu konzipieren, der Turm und Grab in sich aufnimmt, ist kaum anders denkbar als mit einer Trichterform. wo sich feste Materie verflüssigt und sammelt und als tiefstes Wasser den Himmel in sich birgt. 1978 wurde dieser Brunnen in Manganbronze gegossen. Der Kinderarzt Dr. Walter Straub in Lausanne, der über Jahrzehnte mit seiner Frau in Verkora einem 1.300 m hoch gelegenen Walliser Bergdorf, seine Wochenenden verbracht hatte, wollte der Gemeinde hierfür ein Geschenk machen. Der Gemeindepräsident Daniel Beruchu war einverstanden, dass er damit seinen Jugendfreund Erwin Rehmann beauftragte. Der noch ungenutzte Platz zwischen mittelalterlicher und moderner Bonifatius-Kirchenanlage schien ein geeigneter Ort dafür zu sein. So entstand das Konzept zu einem Lebensweg mit Geburtsbrunnen und Hinschied ins Jenseits. Für die bildhauerische Arbeit wurde Erwin Rehmann von Daniel Waldner begleitet und assistiert. Der Lebensweg beginnt beim Betreten des Areals mit einer ebenerdigen, kreisrunden Steinscheibe, aus deren Mitte Wasser aufsprudelt, das sich ins quadratische Basin sammelt. Von da führt mit wild gebrochenen Kalksteinplatten ein Pfad durch den gepflästerten Platz zwischen beiden Kirchen. Menschliche Freiheit, ob mit nach innen oder außen gekehrter Fußspitze, doch mit gegebenem Ziel. Am Platzrand, bevor er mit einem zweiten, breiten Basin und in einer 5 Meter tiefen Stützmauer aufhört, erhebt sich eine quadratische Acryl-Skulptur als Wand mit einem kreisrunden Durchbruch. Von der Seite gesehen ist alles umgekehrt. Der kreisrunde Raum wird zum Körper und das körperhafte Quadrat zum unsichtbaren Raum. Ein Weggehen nach Beendigung dieses Lebens. Die hatte eine Gastronomie des Lebens. Ein Schlammler Der kreisrunde Raum ist für sie. Ein Schlammler von der Seite des Lebens-Mindel mit dem Kran-Li-Li-Skulptur mit einer Schlammler mit einer Schlammler mit einer Osten Rundfunk Bis zum nächsten Mal.